Hi Leute, Desano hier. FnTastic hat doch tatsächlich für The Day Before Gameplay rausgehauen. Ich lasse das Ganze unkommentiert. Wir werden das in einem anderen Video auseinandernehmen. Ich bin derfs gespannt auf eure Kommentare. Viel Spaß mit was auch immer wir sehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.